Junkers ProFly hat seine Flotte am Kulmbacher Flugplatz stationiert. Von dort aus geht es hoch in die Lüfte mit Ultraleicht-Flugzeugen. Ultraleicht bedeutet so viel wie maximales Gesamtgewicht 472 Kilogramm. Der Flieger selbst kommt dabei so auf 320 Kilo und hat zwischen 50 und 100 PS. Wir verfahren eben so, dass die Leute, die Interesse an der Fliegerei zeigen, erst einmal einen Schnupperlehrgang machen, wir machen eine kleine Bodeneinweisung, erklären einmal, um was es überhaupt geht und dann kann ein Schnupperflug mit uns machen. Geschnuppert wird in der Regel zwischen 30 Minuten und einer Stunde in zwei Sitzer mit Fluglehrer an der Seite. Aber wer möchte, darf auch selbst an Steuer. Wen danach die Lust am Fliegen gepackt hat, der kann sich bei der Kulmbacher Flugschule zum Ultraleichtpiloten ausbilden lassen. Bis zum Flugschein kann es dann unterschiedlich lange dauern. Schnelle und ehrgeizige Schüler haben die Ausbildung schon in vier Wochen geschafft. Andere lassen sich auch gerne mal zwei Jahre Zeit. Doch eines sollte man auf jeden Fall vorher wissen. Achtung, Suchtgefahr! Wer einmal in der Luft war, der möchte so schnell nicht wieder runter. Man kann es wirklich mal schwierig beschreiben. Die Leute, die einmal das Fliegen gelernt haben, die wird es das ganze Leben verfolgen. Und wir haben Piloten, die 45, 50 Jahre ihren Pilotenschein haben. Und die können gar nichts anderes mehr denken, ganz in der Freizeit zu fliegen. Es ist schon ein sehr, sehr schöner Sport. Zum schönen Sport gehört natürlich auch die Landung, aber die ist dann eher sowas wie das notwendige Übel. Denn das Schönste daran, wieder auf dem Boden zu sein, die Vorfreude auf dem nächsten Flug. Genügend Flugzeuge und Lehrer hat die Kulmbacher Flugschule jedenfalls, sodass die Zeit am Boden nicht länger als wirklich nötig werden muss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017